Da haben wir zum Beispiel im Assessment Center die Vorbereitung eines Kurzreferates als Rollenspiel. Was können wir uns darunter vorstellen? Darunter können wir uns vorstellen, dass wir eine bestimmte Identität oder Rolle zugewiesen bekommen. Sie sind Marketingleiter, Sie sind Leiter Finanzen und Sie sind Leiter Kontrolle. So, es geht um dieses neue Projekt, so und so und so. Bereiten Sie bitte mal ein Kurzreferat von sagen wir mal 10 Minuten vor in Ihrer Rolle. Marketingleiter, Leiter Finanzen, Leiter Kontrolle. Das ist die Vorbereitung eines Kurzreferates. Sie haben sagen wir mal 50 Minuten Zeit. Sie sitzen in einem Raum. Dort ist ein Schreibtisch. Dort stehen drei Ordner. Sie haben hier Papier und Sie haben ein Schreibgerät. So, Sie wissen nach 50 Minuten müssen Sie vorbereitet sein ein Kurzreferat als Leiter Finanzen, Schrägstrich Marketing, Schrägstrich Controlling dieses Kurzreferat zu halten. Und was man hier oft macht, ist das Ganze konträr anzulegen. Das heißt, der Leiter Finanzen und der Leiter Controlling möglicherweise auch, die sind gar nicht so begeistert von dem Projekt. Der Leiter Marketing aber umso mehr. Das heißt also unterschiedliche konträr angelegte Positionen ist durchaus Teil des Spiels. Kann also durchaus sein. So, aber gehen wir nochmal zurück in diesen Raum, in dem Sie sitzen. 50 Minuten Zeit, 10 Minuten Referat vorbereiten. Hier ein Ordner. Sie wissen, Sie sind Leiter Marketing, sollen jetzt dieses Kurzreferat vorbereiten. Was machen Sie? Beziehungsweise was machen Sie? Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert